Ich weiß nicht, wie er es da reingekommen ist. Ich habe die Scheine noch nie gesehen. Ich habe das Geld nicht genommen. Nachdem ein Progesterbeutel von ihren Freunden verlassen wurde, muss sie ihn natürlich auch bei ihm einschieben. Die hat Zuständige, dachte auch, dass er für den Jobsteller nicht das Ding doch nicht hat. Wenn wir das nicht mehr übernehmen, sagen Sie mal, ist das der Ernst? Ist das Schädigungsbeutel von den Bogen beschrieben? Ich weiß nicht, wie er es da reingekommen hat. Ich weiß nicht, wie er es da reingekommen hat.